Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute wieder in aller Frische ein Röntgen, MW3. Ja man, hab ich Bock drauf, Digga, bin ich drin in der Eure. Wir haben es jetzt Sonntagabend um 23.59 Uhr, hoffe die Lobbys passen. Ihr wisst ja, wenn ihr mehr Bock auf die Oldschool COD-Teile habt, dann würde ich mal sagen, bewertet das ganze Video. Ich hab auf jeden Fall Bock, wir schauen mal, ob wir eine Runde frei für alle suchen oder eine Runde Team Deathmatch, je nachdem wie die Lobbys sind. Ich hab gerade mal geguckt, wie die Lobbys sind, war direkt ein Unsichtbarkeits-Homo in der Lobby, Digga. Absolute Scheiße, Scheiß drauf. Ich hab Bock. Rein in die schmutzige Olga. Let's go. So Freunde, wir joinen in eine Runde frei für alle auf Carbon rein. Eine Map, die ich noch nicht so oft in Videos gebracht habe, aber eigentlich auch eine stabile Map. Schauen wir mal, wie die Lobby ist, wie der Punktestand ist. Der Punktestand ist in Ordnung. Der eine hat 7 zu 1. Ja, 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 ich... Ich werde erstmal Streak spielen. Scheiß drauf. Oh, ungewohnt. Ich muss mich erstmal warmplayen, ich hab schon ein paar Tage kein Dings gezockt. Oh ja, Moin, alles klar, man kennt ihn. Ich hab schon ein paar Tage kein COD mehr gezockt, nur Fortnite, man kennt ihn. Ich denke, auf Morb spielen macht wenig Sinn, ich bin uneingespielt. Aber, macht ja nix. Oben ist einer... Ah ja, Moin, alles klar. Mit Granite Launcher. Grüße gehen raus an die Pissnake. Die kann man mit Granatenwerper. Ja, oh, Alter. Digga, ist meine Sichtempfindlichkeit höher eingestellt? Nee, es liegt daran, weil ich Fortnite gezockt hab. Da ist meine... Ja, Digga. Wenn du mit Granatenwerfer spielst, solltest du damit auch Hände haben. Da ist einer. Ja, Moin. Was geht bei ihm? Wahrscheinlich ein Deutscher, würde ich mal behaupten. Der gerade gecheckt hat, ist das der echte Montagabber. Oh, was macht der denn da? Ja, egal, für ihn hat's gereicht. Oh, schwarz heißt der. Einfach schwarz. Haha, ja, hat dir das gefallen, mein Junge, wie ich dich gedrobshottet habe. Geil! Machen wir noch ein Comeback, oder was? Munis alle. Man kennt ihn. Ja, hab ich ganz genau geahnt. Ganz genau geahnt, dass du da an der Ecke sitzt. Deine Claymore und dich verraten, mein Junge! Oben. Wichtig. Hallo. Kuckuck. Oh, Digga, läuft besser, als ich gedacht hätte jetzt. Achso, kann ich auch mal setzen, das Ding hier. Besser ist das. Oh. AFK-Gegner sind mir sowieso immer die liebsten. Man kennt ihn. Zack, zack. Aha. Aha. Da kommt noch einer. Oh, der Grenade-Launcher-Typ, Alter. Digga, der macht richtig ernst. Digga, meine Muni ist gleich alle. Hm. Sind auf jeden Fall schon in der Führung. Oh, Digga, er liegt da. Und der hat ein 7 zu 1, Bruder, muss los. Der Typ hat ein 7 zu 1. Really? Blüten ist einer. Ja, da werde ich jetzt nicht pushen. Läuft ganz gut. Ja, schwarz. Oh, der wird mich gleich holen aufs Streak. Ich merke es richtig. Ja, ja, Moi. Ey, Mann, der hat eh... Ach, komm. Jetzt muss ich aufs Streak spielen. Scheiß drauf. Mann, du. Wie viel hatte ich? Ich glaube, 11 oder 12. 12er Streak hatte ich. Ganz belastend. Also wirklich ganz belastend. Aber macht nix. Dann spielen wir halt mit Streaks. Wir wollen ja sowieso nur die Runde gewinnen. Natürlich wäre der Moab schön. Uh, der hat mich aber ganz weak geschossen. Das habe ich ihm nicht erlaubt. Dafür gibt es einen Zahltag, weil er ist hier unten. Er ist genau da. Dann geht das nach oben. Ja, schwarz. Digger, wenn du nicht Dropshotten kannst, dann lass es einfach, Bruder. Dann lass es einfach. Aha. Da ist wieder einer am Campen. Hier, einmal DHL-Paket für sie. Junger Mann. Hä? WTF? Hä? Wie hat das C4 dich getroffen? What the fuck? Voll die Briefmarke drauf gewesen, Kappa. Ach, Mann, ja. So holt ihr mich immer, ihr dummen Affen. Immer von hinten. Anders könnt ihr es nicht. Geil, Digger. Bin ich drin in der Olga. So, da haben wir nochmal. Oh. Oh, Mann, du dummen. Ja, okay, gut. Wenn sie campen wollen, können sie machen. Aha. Einmal hier. Oh, Mann. Hinter mir noch einer. Da ist auch noch einer gewesen. Der ist unten jetzt. Den hole ich mir noch. Ganz gemütlich. Ja, die Runde machen wir jetzt. Klar, da kenne ich mir nichts, Freunde. Weil MB3 ist einfach mein COD. Ich würde wirklich behaupten, das ist das COD, wo ich am allerbesten bin. Von allen CODs. Also, besten. Es gibt natürlich immer Leute, die noch besser sind. Aber MB3 liegt mir am besten. Sagen wir es einfach mal so, Digger. Ich will nochmal die Streaks. Hey, Bruder. Guckst du da runter, oder was? Ist da was runtergefallen? Ein Euro vielleicht? Hinter mir noch einer. Wichtig. Den muss ich gleich holen. Was macht er da? Er ist verwert. Hey. Kollege. Hier, nennen wir die hier. Danke. Besser ist das. Hier, kurz hinlegen. Zack, zack. Kurz mal die Predator rausknüppeln. Und reine Zeit nügen. Du Camper-Sau. Ja. Geil. Der kommt hier. Wichtig. Der hat mich nicht gesehen. Hat auch gar keine Ahnung, dass er gleich stirbt. Juhu, mein Süßen. So, MP4 ist da in Gold. Wie hat er die auf Gold bekommen? Oh. Richtig. Da ist noch einer. Ah, nee. Da... Ey, Bruder, mach nicht diesen. Ey, nein! Nein, 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 nein! Mando! Ey, die Tonne. Achtung. Ey, was? Was? Wo ist mein Z4 hin? Das will ich sehen. Jawohl! Ist er am hacken, oder was? Hey, 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 hey! Warum? Ja, natürlich. Nur angetknackst. Ey, ist doch wohl nicht frechend. Ey, das... Das verkraften meine Nerven. Hier, komm mal her, hier. Ja, moin! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Ey, Digga, jetzt ist aber die Runde gerade richtig zu der Abwrack-Runde geworden. Zwei, drei Situationen, die absolut aus meiner Perspektive nicht... Kein... Kein Verständnis... Ey, Bruder, mach nicht diesen. Ey, 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 ey. Wo ist er, wo ist er? Ist er hier drinne? Oh, da hab ich mich fast selbst in die Luft gejagt. Egal, für die Ehre, Digga. Hier, die Zeit wird knapp. Meine Zeit... Ich hab noch Zeit. Mach nicht diesen jetzt. Ey, wo sind die Gegner? Komm, 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 komm. Die Zeit wird knapp gefällt mir gar nicht. Voll offensiv jetzt rein. Wo sind die Gegner? Da oben ist noch einer. Sag mal. Na, komm, scheiß drauf. Ah, egal, scheiß drauf. Wir haben die Runde trotzdem gewonnen. Aber was war... Was war das für ein C4? Was war das für ein Spawn? War das an und für sich für eine Runde, Digga? Ganz merkwürdige Runde. Ganz merkwürdige Runde. Also mein Blutzucker und mein Athralin sind gerade wieder so. 29 zu 9. Gerade so akzeptabel. Der Schwarz-Digga hat heftige Dropshots von mir kassiert. Also Schwarz, falls du eventuell ein Tutorial haben willst, wie man Dropshots macht, mächtig bei mir. Ich würde sagen, 10 Minuten, ihr kennt den Hasen. Wir hängen noch eine ganz entspannte Runde infiziert ran, weil über 10 Minuten mit Blackscreen ist scheiße, aber mit Content ist doch voll in Ordnung. Deswegen noch auf ganz entspannt eine Runde infiziert. Bis gleich. So, Freunde, wir joinen noch in eine Runde rein. Infiziert Messer vs. Striker auf Lockdown. Striker geht eigentlich gut klar. Also ist eine Schrotflinte für die Leute, die das nicht kennen. Infiziert einfach beste Zeiten gewesen. Oh, die Runde ist aber schon mittendrin stand nur dabei. Holy shit, ich muss einmal... Okay, alles klar, Digga. Infiziert, bester Modus. Ist da ein Hacker drin? Nee, 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 oder? Der eine hat 22 Kills, der drückt mir gleich eine Mohr ab, Digga. Oder ist er jetzt tot? Ah ja, okay, der ist am Hacken. Gut, alles klar. Wir suchen nochmal eine neue Runde, Freunde. Kleine Pimmel findest du in jedem COD, alten COD. Neue Runde, neues Glück. So, Freunde, neue Runde, neues Glück. Eine Runde infiziert wieder Messer vs. Striker auf Resistants. Ich hoffe, diesmal ohne Hacker, weil das macht natürlich keinen Spaß. Ja, was willst du da machen, Digga? Bin froh, dass die Runde frei für alle eben schon ohne Hacker war. Ah ja, die ist auch gerade gestartet. Ja, Moin. Vier Gegner oder was? Muss los. Na, hat Bluten. XP-Lobby startet? Okay. Also, ich brauche keine XP-Lobby mehr. Ist das jetzt eine XP-Lobby? Ja, wenn es da steht, wird es wohl so sein, oder? Da vorne ist schon einer. Okay. Der ist... Guck mal. Der ist so schlecht, der Hacker, Digga. Der ist so schlecht. Aber die Runde ist zu Ende. Okay. Alles klar. Sollte wohl nicht sein, mit einer Runde infiziert. Dazu sage ich einfach mal gar nichts, Digga. In dem Sinne würde ich einfach sagen, lasst ihn in alter Frische bauen. Wir sehen uns bald wieder in alter Frische. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wieder schauen. Modder, mit so einer Art und Weise haben kleinen Pimmel reingehauen. Und in dem Sinne würde ich einfach mal ein reingehauen. Vielen Dank.